Moin an alle Freunde aus Hamburg. Heute ist Bürgerschaftswahl hier in dieser wunderschönen Stadt im Norden, in der ich als Baden-Württemberger gerne bin, weil sie nämlich meine Geburtsstadt ist. Ja, bei dieser Bürgerschaftswahl, da geht es um die nächsten fünf Jahre in Hamburg. Es geht darum, dass Hamburg wieder Spitze ist bei der Bildung, dass es innovativ ist, was seine Hochschulen angeht, stark in der Wirtschaft und dass Hamburg auch eine Stadt bleibt, in der Mobilität in allen ihren Formen miteinander vereinbar bleibt und eine Stadt, die nicht dicht gemacht wird, in der man nicht mehr vorankommt. Für dieses moderne, frische Hamburg steht Anna von Treuenfels mit ihrem Team von den Freien Demokraten und ich kann euch nur herzlich empfehlen, sie zu wählen, denn die sind wirklich hungrig, die wollen in der Stadt was verändern, was voranbringen und das tut Hamburg gut. In diesem Sinne, gute Entscheidung heute.